3 4 4 5 Moin Moin ihr Abgeordneter Hettekon Du kannibalen Spiel des Leibes Ich hab Angst Ich hab Angst Ich hab ein Boot gebaut Warte, die haben uns noch nicht entdeckt Warte Warte Hallo hier sind wir Warte Warte Du hattest die ab mit Mollontalk Mollontalk Ich schmeiß die mit Steine ab oder Missgeburten Frisst das ihr Missgeburten Hoh Das stört ja nicht Es gibt sogar eine Fläge Also so eine Fläge an Hey, ich will die Taschenlappe gewehr Hey Die flüchten, die flüchten Hey Ich melange Bitte schnell ist denn der Boah Die flüchten ja Ihr Schweine, ich fackel den ganzen Wald ab La 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 Das wär uh cool wenn das gehen Ja Hier ist Feuer 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 Heiß 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 Ja lass zurück den Hallo Leute Ja ich bruch bei dich Ich bruch Baum Was Baum Nee aber nicht eh Boardbau da ist ein kreuz, da ist ein Grab, da sind Fotos, komm her ist es Timmy? das ist das verlassene Schiff von Juni, ja 2.8. Juni, 2.8. ja da wie, was für Easter Eggs kommen da? krank, Alter, das Spiel ist so geil das war früher, also schlecht nicht, aber was war komm mal mit Patrick, komm mal noch mal zum Schiff warte, nee, nee ich hole das für unser Boot du findest nichts mehr ah ja, wir können dann bald tauchen gehen wie Sam, du hast ein Typ, hilf mir wo bist du? da, bei uns aber, da ist ein Typ, da, ich hab auch gehört der da oben wo kommt was? er ist wirklich so ein Schiff Stalker er hat gemeldet jetzt seinen Freunden was er ruft er kommt, er kommt er kommt, er kommt er kommt, putt, 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 putt ja, hinfliegt er dann am Schlag hab ihn aufgespießt lass ihn, oder? ja warte, ich mach grad ich mach auch schon Explosive Wiretrap kann man bauen äh, ich kann äh wie viele Köpfe haupt's hier? gibts nur Sachen rauf da gibts nur Sachen rauf da ein Scheiß alter guckst du da an seinem ich wusste nicht Spau oder war das? lol wie hast du das gemacht? äh leaf pile trap hol mal nochmal mit mir Baumstörer habt ihr noch nen Kopf oder so? ne äh ja, du musst noch nen Kopf ja dann gib dir hier dahin hin äh, toten Kopf halt kein Totenkopf, ein Kopf von den Kannibalen geht auch nicht ich glaub ich hab noch was, oder? nn, nein hab ich nicht hä, wo? warum sammelt's hier keine Kannibalen Sachen? ich schuld, der sammelt den nicht wirklich komm mal, Baum ja, oder? du kannst ja, an diesem Fall auch dann gibts hier einfach, gehts ja mal hin und drückt einfach E bitte Leute! oder? wie das hochgesprungen ist und hier noch, guck hier muss noch Ralf, wir müssen noch einbauen äh, bauen kein Feuerzeug mehr aber der hat den nächsten Baum, oder? aber der spiel ist Typen kommen! Drei Typen! Vier! Fünf! Alter! Au! Scheiße! Sam, hilf uns! Molotow macht's ja noch Nee, schwer Spärreich Hilfe! Die ist komplett nah, man sieht ihre Muschi Wat? Die Arschfarte Ja? Ich spiel jetzt, ich war Jungs frei! Ab 8 Drei Das Spiel ist nicht mehr Jug... Drei 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 Gebes Hanger Games würde sich Delta-Saver umbringen, da haben wir was gesehen. Ja komm, gehen wir zu Werder. Immer den Kopf mitnehmen, das ist gut. Gehen wir mal Werder. Wie hat der was gesehen? Der hat eine Augenbinde gehabt. Mhm. Soll ich ein Boot machen? Ah, hab ich ja gerade, hab ich gerade, hab ich gerade. Äh, hab ich noch was Holz, glaub ich. Ja, Holz, bring mal Holz. Ey, du hast doch gar keinen... Deiter. Gut, dann komm mit, ja komm mit. Warte kurz. Ja, das ist die Zeit, das ist die der 2. Welt. Geht was. Wirklichkeitsfahrt ist jetzt weg. Leave Britney alone. Delta ist ein Baumstamm. Hä? Nein, wir haben ihn noch erstmal. Bimbo. Nimm bitte immer einen Kopf mit, bitte. Bitte. Mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Scheiße, dass du geboren bist. Komm. Los, los, los. Los. Warte. Life for Sam upon. Alter Maul. Oh, scheiße. Scheiße, das fliegt schon. Ja. Dings, wie heißen sie? Celina, was das machen? Hm, keine Ahnung. Äh. Ich hab keine Gespräche mehr. Hey, wir hängen hier. Nee, warte, ich pushe das. Geh mal runter. Kann ich das nicht pushen? Oh, ja, da. Warte auf mich. Äh. So geht. Wir sollen da den Gas geben. Gas. Gas geben, gell. Ave Maria. Heiligkeit, der ist uns ruhig. Patrick. Oh, see a morning. Habst du das nie? Äh. Was meine Gute? Wir hätten Delta mit dem Holzstück mit dem Seil verbinden müssen und dann runterziehen lassen. Das wär lustig. Lass mal auf die Silber. Ich beheirige immer das Bein da. Bis sie das Wasser verseuchen. Links, links, links. Warte, ich hab noch n... Auf diese verlassene Insel da. Ich sag ja links, links, links. Ah, die... Hör auf. Warte, ich hab noch n... Air-Kanister. Ich hab GAS-Kanister mitgenommen. Ich wurde runtergeglitscht. Hilfe! Hör auf! Bleib stehen! Wie ist der Auszug da da? Ja, ich bin da einfach runtergeglitscht. Ja, als würde die Welt untergehen, ja. Ja, weil da unten Haie sehend. Ich hab grad nen Hai in die Augen geschaut. Nin.. Naahhfknowg. Und... Und was machen wir da jetzt? Jetzt setzten wir jemanden aus. Hab da irgendwelche Info noch zuhören sollen? Info. Und Steine mitnehmen. Timi, Timi... Fräuche. Ich will ne scheiß Axt da. Ach, das soll. Ja komm weiter. Habe Maria... Grüße. Mit äh hier. Das hier... Boah, warte mal, ich muss mal drehen. Doch, aber ich muss das mal weg tun da. Oh, da war ein Hai! Da war kein Hai! Du kannst von oben nach unten schauen, du Mongo. Warte, warte. Push, push mich, push mich. Wieso nehme ich dir aber die normale Axt, wenn ich ins Wasser gehe? Du darfst nicht draus sein, du darfst nicht draus sein. Da ist doch kein Hai. Da war ein Hai. Da ist kein Hai. Da war einer genau unter mir. Anpushen musst du. Anpushen nicht, ja. Einmal, ja genau. Weißt du warum jetzt Hai da sind? Denk schon wieder. Weil ich Beine reingeschmissen hab. Ich fitterte grad. Jawohl! Ich flüchte jetzt. Tschüss! Tschüss! Na komm ihr fahrts, ich bin zu faul. Wie fährt denn die Lame? Du Arschloch! Ich will! Hey! Aaaaaaabe! Ich will! Aaaaaaabe! 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 Ach nee, das ist rückwärts. Das war rückwärts wie ein Boot, ey. Musst du auch mal schaffen. Hey, ich schwimm hier! Das Wasser geht übers Boot! Links rum! Links rum! Ja, tschuldigung, ist das Boot so pink. Hä, kann man nicht doch ein zweites Paddel nehmen? Hä? Sag mal, äh, fad mich runter, Sam. Bei mir kann man auch ein zweites Paddel nehmen. Hä? Na, der da? Ja, so schaust du auch aus! Du Mexikanischer! Nach links! Nach links! Hä, wohin, man? Da! Ich will da ne scheiß Axt haben! Ein bisschen nah an der Bucht fahren! Ja, weißt du was? Ich muss kurz aufs Klo! Bei mir gibt's nen Garten! Arschloch! Ich wollt gar nicht, ich wollt das tun! Ja, ich wollt das tun, jetzt in Ordnung hier! Ich muss auch pissen jetzt doch! Irgendwann geht's nicht! Nein, nein, der geht nicht runter! Ich kling schon auch die ganze Zeit noch vor! Ich nicht! Wir fahren jetzt mal da hin! Warum ist es nicht so schnell wie in Arct? Das wär viel cooler! So, erst mal gucken! Hey, du machst das schon! Das müssen wir so wegpuschen! Der treibt einfach da hin! du guckst da ich guck da wenn ich nackt sie sag ich dir das knackst das ist so eine scheiß tafel was ein koffer ich hab das täglich davon alkohol hoffen wir es ich mache mal der molotov molotov was schon mal drauf gemacht das kämpfe ich bin ich das scheiß und von ding zu versuchen bin ich gescheitert ich würde sagen doch mal treibs körper hin irgendwo nach afrika irgendwo ins scheiß aus der welt leute ich habe was gefunden aber nicht da nicht mit dem boot laufend hier ist was vorne schon aus dem schwanz wo es ist im wasser rum jo wie können wir diesen zählt das ist gut das ist sehr gut da sind meistens taschenlampen das ist da ist noch mal verlassen diesen haie überall ja auf die verlassenen insel ist auch nichts da war ich glaube ich sogar mal da habe ich da vorne habe ich eine axel gefunden glaube ich in der höhle ist ein cooking pot ja das ist ja gut kann sie nur speichern ich speicher mal ah ja leute ich würde sagen das war es glaube ich für die folge oder nicht ja ja dann bis in der nächste folge tschüss 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 tschüss